Hallo Leute und ganz herzlich Willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Tinko Immunity Test für euch mit insgesamt 10 Leveln. Und schreibt mir in die Kommentare, bei welchem Level du die ersten Tinko Immunity Test bekommen hast. Und es sind 9 Trigger. Das erste Level ist sozusagen mein Whispering gerade. Und wie gesagt, lasst mich in den Kommentaren wissen, welches Level ihr erreicht habt. Und lasst mich auch wissen, wie ihr mein Setup findet vom Licht her. Ja, ich habe mich mal so ein bisschen erkundigt und ein paar Videos geschaut, wie man am besten das Video beleuchtet. Und mir gefällt es eigentlich ganz gut. Aber vielleicht habt ihr ja noch Tipps und Verbesserungsvorschläge. Lasst ihr mich super, super gerne wissen. Und ich würde jetzt aber sagen, wir starten mit dem eigentlich jetzt zweiten Trigger mit Level 2. Und ja, wir legen los. Der nächste Trigger ist dieses Gorgbrett. Das zählt, glaube ich, zu den berühmtesten ASMR Trigger, die es gibt. » Der nächste Trigger ist schon recuerde. Ich mache mich super, Ladies', golloin die es immer vor. tourist ist Talkk 25. Jetzt war es hier ein Wilder über das Ziel Fundusów, 있 Ear temporal, immer taught das Ziel. Und das ist auch schon mal wie Currently Alexandre. und er Lape z adult Multivität sind chirpert mit状%. Ja weiß ich nicht, dass das inhibit viel mange wie bisher. Tag! Vielen Dank. 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 Das war jetzt Level 3 und jetzt kommen wir schon zu Level 4. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wer bis jetzt noch keine Tingles gekriegt hat, hat jetzt Level 5 erreicht. Und nicht vergessen, wenn ihr Tingles bekommen habt, schreibt in die Kommentare, bei welchem Level. Level 5 ist a mic brushing. Okay. 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 Judy. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Level 5 ist geschafft! Wir gehen weiter zu Level 6 Und Level 6 sind Stepping his hands 1 Soll ich jetzt mal wieder auf die Karte So, ich habe jetzt noch ein paar Hände. Das war's. Sollte 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 Das war Level 6, jetzt kommt Level 7 mit Hands Up. Das war's, das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's. 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 Jetzt kommt Level 8. Jetzt kommt Level 8. Jetzt kommt Level 8. Jetzt kommt Level 8. Jetzt kommen wir zum 9. Jetzt kommt Level 8. 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 Jetzt kommen wir schon zum 10. Und damit letzten Trigger. Und der Trigger war tatsächlich auch, ich glaube in meinem letzten Video dabei. In dem Slow to close up Video. Aber ich finde den so, so gut. Und deswegen dachte ich, packe ich den auch noch in dieses Video mit rein. Und zwar ist der Trigger das Badesalz, was so wie so hellen Rausch Geräusche macht. Und zwar ist der Trigger. Und zwar ist der Trigger. Und zwar ist der Trigger. Jetzt kommt Level 8. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's ja schon mit dem Tingle Immunity Test. Schreibt mir gerne in die Kommentare, bis zu welchem Level ihr keine Tingles bekommen habt, beziehungsweise in welchem Level ihr Tingles bekommen habt. Schreibt auch gerne Videowünsche und Ideen in die Kommentare und wie ihr mein Setup findet. Das sind so sehr viele Mieser, ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video und ich wünsche dir und euch eine gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.